Und die Transition zu Breaking the Habit, das ist so schön. Wie aus einem Guss ist es einfach. Wie geil kann man die Songs schreiben? 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 Das Vibrato in ihrer Stimme, also dass die Stimme so vibriert bei gewissen Tönen, steht ihr wirklich gut. Also klingt wirklich schön. Wie geil kann man die Songs schreiben? Wie geil kann man die Songs schreiben? Das ist schön. Das ist wirklich schön, wenn die Fans mitsingen. Dafür bin ich immer zu begeistern. Wie geil kann man die Songs schreiben? Wie geil kann man die Songs schreiben? Wie geil kann man die Songs schreiben? Das ist Wahnsinn. Und ich glaube auch, dass es ein Song ist, wo sie nicht so screamt. Also die singen schon sehr viele cleane Töne, was mir unfassbar gut gefällt, denn das ist gar nicht so oft. Das ist wirklich schön. Es klingt wirklich gut. Es klingt wirklich wahnsinnig gut. Alter, krass. Was ist das für ein Stimmeinsatz? Pfff. What the fuck? What the fuck, Alter? Pfff. Die singt es einfach in einer völlig anderen Tonlage. Es klingt so ein bisschen verzweifelt, aber auch unschuldig. Wisst ihr, was ich meine? Die Töne sind einfach so clean, dass das Ganze einen ganz anderen Vibe bekommt, als jetzt, wenn Chester das gesungen hat. Ich finde das unfassbar schön. Ich finde das unfassbar schön. Boah, das ist wirklich krass. Unfassbar. Ich finde das unfassbar. Ich finde das so wahnsinnig gut. Auch stark wie Colin die Drums rockt. Dem zuzuschauen, das ist eine wahre Freude. Toll. Das ist wirklich toll. Das hat mir wirklich gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.